Hallo ihr Lieben, ja, meine nächste Bilderbuchrezension steht an für euch. Und zwar habe ich hier das Buch Albert und der Baum. Das ist geschrieben und gemalt von der phänomenalen und vergleichlichen Illustratorin Jenny Desmond. Das heißt vom Erschienen beim Magellan Verlag 2016. Und ich habe das Buch in einer Kuschelkiste gefunden, in einem Buchladen. Und es hat mich erst mal gar nicht so sehr angesprochen, muss ich sagen. Der Titel hat mir nicht so viel gesagt, aber dann habe ich auf den Stil gelohnt und dachte, ich kenne was, was so ähnliches. Habe dann die Autorin entdeckt und wusste sofort, das muss ich haben. Es ist also so, in dem Buch, das Albert, den sieht man auch hier, der lebt seinen Baum hinter drüben über alles. Und als er aus dem Winterschlaf aufwacht, das Erste, was er macht, ist sofort zu seinem Baum flitzen und sich auf seinen Lieblingsrust kuscheln. Nur dann... Passiert etwas. Aber was war das für ein Lärm? Alberts Baum weinte. Heute der Baum. Was ist los mit dir? Fragt Albert. Normalerweise machst du keine Geräusche. Schnüffel, schnüffel. Du riechst wie immer. Du fühlst dich an wie immer. Und du schmeckst wie immer. Sogar auf dem Kopf. Was machst du da? Fragte Kaninchen. Es kommt da angehorpelt. Ja. Also Kaninchen und auch Rentier kommen nach und nach vorbei und sollten mit Albert den Baum wieder aufheitern. Und das klappt aber irgendwie nicht. Hopsala. Ich mach mal den Kampf hier. Komm schon. Zu weit. Oh Mann. Danke. Ja. Ähm. Albert klettert auf seinen Baum irgendwann. Er weiß sich wirklich nicht mehr zu helfen und umarmt ihn ganz, ganz fest. Er toht tief Luft und klettert auf seinen Lieblingsast. Er schlang seine dicken, plüschigen Pfoten um den Stamm und umarmte den Baum ganz fest und ganz lieb. Dann flüsterte er leise. Warum weinst du, Baum? Albert war sehr überrascht, als der Baum antwortete. Ja. Ähm. Mehr möchte ich euch von dem Inhalt des Buchs erstmal gar nicht erzählen. Ähm. Aber ich will euch ja noch ein paar andere Sachen aus dem Buch zeigen. Also zum Wortstil kann man sagen, dass die Wörter eigentlich sehr leicht sind. Es ist viel wörtliche Rede. Und auch ganz besonders nicht nur, dass, ähm, die Bilder noch eine ganz weite Geschichte erzählen, sondern auch in den Bildern sind nochmal extra Texte integriert, die im normalen Text gar nicht vorkommen. Ähm, also erzählen die Bilder nochmal mehr als sonst nochmal mehr über die Geschichte. Ähm, die Bilder sind vor allem so in grün, braun, grau und, ähm, ein bisschen blau und ein bisschen rot, würde ich sagen. Ähm, die Zeichnungen sind eher, man sieht das auch hier, eher leblich und süß. Und was ganz besonders ist bei, ähm, bei, 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 bei Jenny Desmond, ähm, oder ich hoffe, da spricht man so, ich tut mir leid, falls ich es falsch ausspreche, ähm, sind diese Bewegungsstriche. Also so wie, wie die, wie die Figuren durchs Bild laufen, sieht man diese Striche. Das war übrigens auch eins der Sachen, wo ich sofort erkannt habe, dass, ähm, dass das meine liebe Jenny Desmond gemalt hat. Ja. Und auch ganz, ganz süß, ähm, sind die Gesichter der Figuren, die einfach phänomenal mit ganz einfachen Mitteln und Strichen, die, ähm, die Emotionen ausdrücken. Also dieses ganz schämlich grinsende Kaninchen da unten, das mag ich besonders. Ja. Ähm. Ähm, die Bilder sind also sehr lebendig und, ähm, ergänzen sehr viel. Und, ähm, die ganze Stimmung ist mit sehr viel Bewegung. Also das kommt auch durch die Bewegungsstriche, nehme ich mal an. Und auch durch das viel Weiß, da ist sehr viel Platz, um, ähm, dieser Bewegung auch Raum zu geben. Und um auch die Fantasie dann noch ein bisschen spielen zu lassen, was dann noch so passiert. Ja. Zur Altersempfehlung würde ich sagen, ähm, dass es wahrscheinlich nicht ganz so einfach ist, die Geschichte voll zu erfassen, ohne den dazugehörigen Text. Aber, ähm, dass ich glaube, dass die Bilder, die ja nochmal eine ganz eigene Bewegung und viel Geschichte erzählen, ähm, eine ganz neue, spannende Geschichte ergeben könnten. Und ich glaube, die Bilder sind auf jeden Fall so super passend zum Text, dass wenn man die Geschichte einmal kennt, sie man sich mit den Bildern selbst komplett nochmal nacherzählen und nachempfinden kann. Also auch geeignet für Kinder, die sich lieber vorlesen lassen oder noch nicht selber lesen können. Ähm, für Erwachsene würde ich es aber auch definitiv empfehlen, denn die Bilder sind einfach super schnuckelig. Und obwohl, ich sag mal, naja, der Höhepunkt der Geschichte ist, ähm, vielleicht etwas offensichtlich, wie es ausgeht am Ende, aber die Entwicklung dahin, ähm, die ist völlig unvorhersehbar und super putzig. Also, wenn man putzige Bücher mag, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, denn was die beiden und auch, ähm, Träntier und so noch unternehmen, um Baum glücklich zu machen, ist wirklich oberschnuffelig. Ja, ähm, für die Schule würde ich es auch empfehlen, vor allem auch zum Vorlesen, vielleicht in der Frühstückspause oder wenn einfach mal ein bisschen Zeit ist, habe ich übrigens auch schon gemacht an einer Grundschule, ähm, die Kinder fanden es wundervoll und haben sich massiv kaputt gelacht. Ähm, und wenn man es in den Unterricht einbauen möchte, würde ich sagen, dass, ähm, es auf jeden Fall für Kunst geeignet ist, denn wie ich schon sagte, die, ähm, die Emotionen der Figuren sind mit so einfachen, wundersüßen Mitteln dargestellt, dass, ähm, dass, ähm, man das auf jeden Fall analysieren könnte, wie diese Ausdrücke zustande kommen und die sind auch so gemacht, dass vielleicht auch nicht die Figuren selber, aber zumindest die Gesichtsausdrücke, ähm, Kinder auch super selber nachzeichnen und ausprobieren können, welche Stimmungen dann entstehen. Ja, was mir sonst auch noch sehr gut gefällt, ist, dass der Inneneinwand auf beiden Seiten, ähm, schon zur Geschichte gehört, da sieht man, also hier zum Beispiel ganz vorne, da sieht man, ähm, Albert, wie er schläft und träumt von seinem Baum, und man sieht auch, wie alle anderen Tiere Winterschlaf halten oder schon neugierig langsam wach werden und, ähm, mein Lieblingswort in diesem Buch ist Lieblingsplatz. Ich, ähm, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben von, von dem Buch. Albert und der Baum, ähm, falls ihr es kennt, würde ich mich freuen, wenn ihr, wenn ihr mir mal erzählt, wie es ihr so gefunden habt und dann sage ich sehr vielen Dank und, ähm, bis dann.